Wo ist die Eisezera? Ah, CNN. Ich habe eine Frage. Du siehst, ich komme von Arbeit. Ihr seht sie hier. Ich will mal Fernsehen gucken. Hast du 20 Euro für mich? Lass uns mal Kackageld. Das sind doch 20 Euro. Du gibst mir nie Geld. Ich habe nie Geld von dir. Kannst du mich mal einmalen? Wenn du siehst du bist, lass uns meine Augen. Papa, bitte. Scheiße. Alles klar, dein Kopf. Scheiße. Das ist schon wieder. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja. Schau. 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 Ich komme auch für die Schwer. Ich komme auch für die Schwer. Ich komme. Ja, ich komme. Schau. Ja. Schau. Meine Frau. Ja, lange. Wie geht's dir hier? Alles gut? Ja. Meine Familie. Alle gut. Alles. Alles. Meine Kinder. Gut. Meine Frau. Ein bisschen Probleme. Aber gut. Ja. Sieht aus. Es ist wunderschön. Gut. Dankeschön. Ja. Dein Business? Ich komme gerade von Nigeria zurück. Ich habe ein Hotel. 5, 6 Stück. Ich habe jetzt gebaut. Sehr gut. Guck mal hier. Ich habe 2 iPhone. 10. X. 6 Stück. Wenn ich zurückkomme, ich kaufe dir auch eine. Meine Business ist in Deutschland. Meine Business, ich habe hier 6 Stück. Hotel. Okay. Aber ich habe hier 4 Haus. Ja. Haus verkauft. 4? Ja. 4. Und ein Haus ist fast 1 Million. Wow. 4 Haus verkauft. Ja. Meine Haus sind alle fast 1 Million. Wow. Ja. Aber hier Deutschland, wenn du magst Deutschland, du bist rich. Ich kann sagen, ne? Du bist rich. Deswegen, ich habe hier 4 Haus verkauft. Deswegen, ich gehe auch nicht zur Arbeit. Ich bin gerade hier und ich habe... Papa. Kriege ich jetzt 20 Euro? Du winst 20 Euro? Ja. Ga für mal die Bamboune. Gib mir mein Bamboune. Bamboune. Warte. Bamboune. Warte. 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 Kinder, ich wollte mein Geld haben. Ja, geh, geh, geh. Papa hat gegeben, wo du siehst. Lange nicht gesehen. Schau mal. Ah, ich habe auch, ich gebe dir auch bisschen, warte. Ich muss auch geben, bisschen Geld. Sonst, hm? Geld, ja? Was ist denn? Was ist denn? Oh mein Gott. So viel? Wie sind das denn? Oh mein Gott. 50. Was ist denn? Das ist denn? Das ist denn? Das ist denn? Okay. Das ist ein Geld. Okay. Ein Moment bitte. Du weißt, Business, Amerika, Nigeria, Amerika, alles. Die Leute kommen viel. Kein Problem. Hallo, die kommen. Okay. Bruder. Business, hm? Business. Okay. Ich muss gehen, leider. Okay? Nächstes Mal, ich komme zurück. Wir reden, ähm, ähm, wenn du kommst in Nigeria, okay? Nächstes Mal in Nigeria. Okay. Okay. Kein Problem, ich bring dir. Jibsen. Ah, okay. Viel Spaß mit deinem Geld. Gehst du? Nichts, Schule, gut, wichtig, okay? Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss! Tschüss! Ja, Papa? Tschüss! Komm, mir Mostofa! Ja, ich hab. Ja? Ah! Mach die Tür zu. Du kommst zu mir, wenn mein Freund ist hier, und du sagst, Papa, keine 20 Euro, ich hab dir gesagt, ich geb dir keine 20 Euro, oder? Hab ich gesagt, ja oder nein? Du hast gesagt, du hast viele Häuser verkauft. Hier in Deutschland, hab ich überlegt, gerechnet, wenn man das macht, dann ist es über 1 Million Euro. Wenn jemand sagt, Gott ist hier auf der Erde, du glaubst? Hm? Wenn jemand aus der Straße sagt, ich bin der König von Deutschland, du glaubst? Hm? Wenn ich sag, morgen bin ich in Phantasialand, du glaubst? Hm? Also hast du dir angelogen? Gib mir meine Gäse. Gib meine Gäse. Hier, da auf die Hand. Sofort! Mach auf meine Hand. Mach auf meine Hand. Mach auf meine Hand. Mach auf meine Hand. Gib mir das ganze Geld. 200 Euro. Das ist alles meine Geld. Nein, Papa, das ist mein Geld. Onkel mir das geschenkt. Das ist mein Geld. Ich brauche das. Wer bezahlt diese... Du kannst hier schlafen. Ich oder du? Ich. Wer bezahlt das zu essen in deinem Mund? Diese Autoläte, du gibst, mach Kaka jeden Tag. Mach Pum, 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 Pum. Ich stehe überall. Wer bezahlt alles? Ich oder du? Wer bezahlt deine Schule? Alles? Deine Schule ist cool. Ich. Deine Papa. Deswegen, gib deine... Gib diese Geld sofort. Diese... Ich mache... Ich mache... Gib diese Geld sofort. Gib diese Geld. Guck mal. Das ist... Was ist schon? Gib diese Geld sofort. Gib diese Geld. Guck mir das mal. Oh shit.